Na ja, klar war das Fairplay. Das war eine sehr gute Diskussion, sehr viele Wortmeldungen, viele erstmals auch aus der CSU, die sich ja bisher nicht geäußert hatte. Und ich glaube, das hat ein sehr gutes Meinungsbild abgegeben. Jeder hat seine Präferenzen, die unterschiedlichen Argumente aus all den Regionen in Deutschland wurden vorgetragen. Und es war eines bei allen dabei, einigt euch schnell. Und das ist auch mein Ziel. Wir haben ganz andere Sorgen. Wir haben die Pandemie und vieles andere mehr. Und ich will, dass wir sehr schnell, sehr bald, möglichst in dieser Woche zu einer guten Entscheidung kommen. Eine Mehrheit soll gesagt haben, sich gegen Sie ausgesprochen haben, beziehungsweise für Herrn Söder. Sorgt Sie das? Nein, das habe ich so nicht wahrgenommen. Es sind viele Abgeordnete, es sind viele im Netz zugeschaltet. Es hat viele Wortmeldungen gegeben. Auch viele, die sich ja vorher schon öffentlich geäußert hatten. Das war ein gutes Meinungsbild der Bundestagsfraktion. Und wir müssen das auf jeden Fall in unsere Entscheidungen einbeziehen. Herr Lass, kann Sie den Eindruck bestätigen, dass mehr Stimmen sich aus Ihrem eigenen Bundesland für Sie ausgesprochen haben und die Fürsprecher für Söder aus verschiedensten Bundesländern haben? Nein, das kann ich nicht bestätigen. Es gab Wortmeldungen aus fast allen Bundesländern, aus Baden-Württemberg, aus den neuen Bundesländern, sowohl für mich als auch für Markus Söder. Und es gab viele CSU-Polägen, die sich zum ersten Mal geäußert haben. Auch das war mal ganz hilfreich, das zu hören. Und gehen Sie gestärkt auf Ihre Fraktion? Es geht keiner gesperrt und geschwächt daraus hervor. Das ist ein wichtiges Forum, weil das sind die Abgeordneten, die im Moment hier sitzen. Es kommen neue Abgeordnete hinzu, die von ihren Parteien aufgestellt worden sind. Und ich glaube, aus all den Stimmungen, aus den Vereinigungen, die wir ja im CDU-Bundesvorstand auch haben, es ist ja nicht ein kleiner Kreis, sondern es sind 60, 70 Landesvorsitzende, Vereinigungsvorsitzende, christlich-soziale, konservative. Aus diesem gesamten Bild werden wir, glaube ich, eine gute Grundlage haben für eine Entscheidung. Wir haben heute noch Gespräche von Herrn Söder reden. Ich habe gerade mit Herrn Söder geredet und ich rede immer weiter mit Herrn Söder. Ich habe sogar unter vier Augen gerade mit Herrn Söder geredet und ich werde noch sehr oft, glaube ich, die nächsten Stunden, Tage mit Markus Söder sprechen. Es gibt Forderungen, dass wenn Sie sich beide nicht einigen können, dass dann vielleicht doch die Fraktion entscheiden müsste. Was sagen Sie dazu? Das hat heute hier in der Fraktion niemand gefordert. Im Gegenteil, hat man gesagt, dass man eine gemeinsame Entscheidung will. Und das, also niemand hat das vorgetragen. Ich würde einen gemeinsamen Vorschlag der beiden Vorsitzenden geben. Da würde ich Sie jetzt einfach bitten, dass wir da noch den Weg finden, wie man das gut zusammenführt, was CDU und CSU vortragen. Das haben wir heute noch nicht besprochen. Wir lassen das jetzt mal, nehmen das wahr, was heute hier geäußert worden ist und dann werden wir gute Entscheidungen fällen. Vielen Dank. Schließen Sie Ihre Aufmerksamkeit. Schönen Abend, auf Schau. Vielen Dank. Schönen Abend, auf Schau. Schönen Abend, auf Schau. Schönen Abend, auf Schau. Vielen Dank.